Sooo und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir This Stanley Parable, keine Ahnung, man hat gerade schon gesehen, ich bin schon das zweite Mal hier drin Ich hatte es eben halt schon einmal gestartet und direkt fürs zweite Start ein Trophäe bekommen Das Spiel wurde mir von einem Kollegen empfohlen, er meinte einfach nur, das sei hammer genial und super witzig Und was sowas betrifft, da vertraue ich ihm, von daher würde ich sagen, beginnen wir direkt mal Ich weiß jetzt nicht, ich habe das Spiel auf Deutsch eingestellt, die Sprache Ich weiß nicht inwiefern das auf Englisch jetzt ist, weil eben Menü Englisch war und so Untertitel habe ich auf jeden Fall an, also selbst wenn man Englisch nicht so gut versteht, kann man es vielleicht besser lesen Oder aber das ist vielleicht doch in Deutsch dann, ich weiß es nicht, werden wir dann gleich sehen Sollte aber auch kein allzu großes Problem werden und während des Lade-Screens bende ich jetzt mal eben kurz die Aufnahme Und dass der in aller Ruhe laden kann, weil ich hatte eben schon bei einem anderen Spiel Das ist die Geschichte von einem Mann namens Stanley Stanley war für ein Unternehmen in einem großen Gebäude, wo er war Employee No. 427 Employee No. 427's job war simple Er sat at his desk in Room 427 und he pushed buttons auf eine Keyboard Orders came to him through a monitor on his desk telling him what buttons to push, how long to push them and in what order This is what Employee 427 did every day of every month of every year And although others might have considered it soul renting, Stanley relished every moment that the orders came in As though he had been made exactly for this job And Stanley was happy And then one day something very peculiar happened Something that would forever change Stanley Something he would never quite forget He had been at his desk for nearly an hour When he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow No one had showed up to give him instructions, call a meeting or even say hi Never in all his years at the company had this happened This complete isolation Something was very clearly wrong Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office Okay, we can now, apparently, have a great job Of course, he has a great job here As number 427, which he is here With the left mouse, you can open the doors Or not Or are we now closed? And the other doors are open, obviously, not All of his co-workers were gone What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room Perhaps he had simply missed a memo No matter how hard Stanley looked He couldn't find a trace of his co-workers Ah, yeah The narrator Should always adjust himself Depending on what he does He doesn't fit in the mirror He doesn't fit in the mirror He doesn't fit in the mirror He doesn't open the door 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 The right mouse button does nothing He does He can do it Okay He can go in the locker room Whatever Okay, I can open the door again wieder öffnen, aber meine eigene Tür nicht. Ich bin hier gefilmt. Das war nicht der richtige Weg in die Gespräche, und Stanley wusste es perfekt gut. Vielleicht wollte er erst einen Stopp bei der Employee-Lounge, um es zu erinnern. Getränke kann man sich hier nicht ziehen, was ist das? Irgendwas zum Aufhegen? Nein. Aufheben. Okay, das ist echt genial. Ein bisschen. Es ist möglich, dass das, weshalb jeder left. Was? Nein, das ist ja vollkommener Schwachsinn. Okay, zurückgehen kann ich offenbar nicht. Ich bleib hier jetzt gerade noch mal ein bisschen, gucke auf die Uhr hier. Oh, siehst du was in mir. Aber wenn ein langer Zeit passierte und es nicht mehr gab, hat er entschieden, dass das Spiel versucht, ihm eine Message zu senden. Ja, geil, ey. Ja, nochmal kurz auf die Uhr gucken. Ich warte jetzt noch, bis es voll ist, halt bis der Sekundenzeiger voll ist. Boah, voll spannend. Gucke ich gerade mal auf meinem zweiten Bildschirm mein Hintergrundbild an. Schön. So. Na, kommt noch irgendeine Message? Allein schon, als er bemerkte, dass lange niemand mehr sprach. Aber am Ende hatte er genug von der unglaublichen Raum. Und er nahm die erste örtliche Tür auf seiner Seite, um zurück zu Business zu kommen. Irgendwie will ich ja nicht, ne? Okay. Stanley war so schlecht an folgenden Direktionen. Es ist unglaublich, er war nicht fünf Jahre vor. Ja. Nachvollziehbar. Scheiße, Mann. Ich finde das aber genial bisher. Ich liebe so einen Humor. Okay. Ähm. Vom Aussehen her. Schau, Stanley. Ich denke, wir haben vielleicht auf den falschen Fuß hier. Ich bin nicht dein Enem, wirklich. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich verstehe, dass Investitionen in jemanden in jemanden ist schwierig. Aber das ist, dass die Geschichte nicht nur Sie, aber Sie, all diese Zeit. Sie sind jemanden, Stanley. Sie sind jemanden, Stanley. Sie haben Sie vergessen. Bitte. Was? Wirklich? Ich war in der Mitte von etwas. Sie haben nichts für die anderen? Sie sind so überzeugt, dass ich etwas Schmerz zu passieren? Ich weiß nicht, wie ich Sie davon überzeugen kann, aber ich möchte wirklich helfen. Ich möchte Ihnen etwas Schönes zeigen. Schau. Lass mich das tun. Lass mich das tun. Lass mich das tun, dass ich auf Ihren Seite bin. Gib mir eine Chance. Jetzt hör auf. Das ist wichtig. Stanley geht durch die roten Tür. Ist doch wohl klar, was ich mache hier. Ey! Nicht teleportieren! Wie geil! Wollen wir durch die blaue gehen. Ja. 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 Wollen wir uns auf den Weg machen. Ja. 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 Geil. Okay. WTF?! Scheiße. Jetzt ist die Entscheidung echt schwer! Ach komm, fangen wir mal links an hier einfach. Okay, I'm going to stop you there Now, tell me about your experience with this new version Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest I'm looking for some real critical feedback here Oh, of course A three, really Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know Any level of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that sound good? Think we can do that? Yes? Wonderful Here, based on the data from your previous playthrough I've compiled a new version And to be perfectly candid I think I've knocked it out of the park with this one Let's take a look Boat Geil You that boat Wo bin ich? Aber ja, klar Ja, komm, ich bin ganz unten da Ja This is you Ja, beeindruckend Oh, geil Sieben Stunden spiele ich schon Ist mir gar nicht aufgefallen Wie die Zeit vergeht Friendless is empty Geil Alter, ich liebe das Spiel jetzt schon Nehmen wir mal diesen Gang Now, would you say that competitive leaderboard Helped you feel motivated to keep walking through doors Again, honest answers please Er hat mir überhaupt nicht geholfen Ich bin auch voll clean Hey, I nearly forgot I've got a prototype of a new game I've been working on And now would be a lovely opportunity to give it some playtesting You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect Let me boot it up Ich liebe das Spiel auf jeden Fall jetzt schon Das trifft genau meinen Humor What the fuck Baby crawls left towards danger You click the button to move him back to the right And if he reaches the fire, you fail It's a very meaningful game All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life Okay I think the art world will really take notice But of course, the message of the game only becomes clear Once you've been playing it for about four hours So why don't you give it four hours of play To make sure it's effective Yes, don't you, what the fuck Alter, and then also another so nervous tone Uh, no Ah, come on, it's going on Oh, hoffentlich ist das richtig schön laut in der Aufnahme Dass einige jetzt da Sich voller schrocken am Oh, guck mal Du huckst, Bastard Hey Du kannst es machen, weil du Kinder hattest Oder nur für mich Weil wenn es der dritte ist, dann weiß ich was zu tun Ich bin komplett aus Ideen Ich kann nicht über eine einzige Sache, die die Erfahrung für mich verbessern könnte Ich werde nicht sogar versuchen Ich bin raus Ich bin raus Ich bin fertig Es ist vorbei Danke, dass du spielst Deine Input war extrem wertvoll Oh, hey, seit mein Spiel war so verrückt Warum spielen wir jemand anderes Spiel? Nur um die Angst zu verhindern Wir sehen, was haben wir hier? Seine Stimme ist voll entspannt Seine Stimme ist voll entspannt Seine Stimme beruhigt voller Die ist voll geil Also geil im Sinne von cool Oh, Minecraft Aber geil Okay 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 Das wird hier! Nein, hier! Du Scheiße, ist das geil! Was ist das für ein Haus, Herrgott? Kann ich reingehen? Ja, so sind meine Häuser und Meinkräfte auch immer. Ich gehe wieder raus. Boah, Diamond, ja. Ja, geil, ich kann hier raus. Wie geil. Okay, ab nach unten. Oh, hier direkt eine Höhle ist natürlich super. Licht, was? Nein. Ich kann doch super sehen. Oh, nein, 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 nein. Das ist viel mehr offen-endlich, als ich in mir hatte. Ich schaue etwas mehr langsamer und linier. Etwas, das macht dich total irrelevent. Das wird nicht alles tun. Ein aus fünf. Auch die Diamonds können nicht diesen. Okay, ein neues Spiel. Okay, ein neues Spiel. Nicht mal die Diamonds hätten das retten können. Ne, muss ich auch sagen. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Boah. Bin schon voll aufgeregt. Ich werde allerdings jetzt mal eben ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Direkt hier am Start. Deswegen, bis gleich. So, und damit melde ich mich wieder zurück. Das kommt mir auch bekannt vor. Jawohl, Pottel, genau. Ich weiß nicht, was dieses Spiel ist, aber ich liebe es. Du, in einer Schraubbox mit keinem Weg raus, hörst du mich zu sprechen. Oh, es ist inspirierend. Ich hätte es nicht besser gemacht. Was soll dieses Spiel überhaupt sein? Ich kann es nicht herausfinden. Okay, jetzt bin ich interessiert. Lass uns herausfinden, was das ist. Genau, irgendwie gab es hier was, wo man... Ah, hier kann man raus. Alles klar. Die Uhr ist stehen geblieben. Einmal genial. Haben sie ja noch Pottel mit eingebaut. Oh ja. Original, der Anfang von Pottel. Genial. Genius. Danke. Fast so nett wie GLaDOS. Nein, eigentlich. Du weißt, was? Ich glaube, das ist viel. Ich bin wirklich nicht interessiert, um zu sehen, dass du mehr von diesen Spielen übernimmst. Hammer geil. bei Work in Progress. Flying Cabinets. Witzig. Beta. Alter. Please rate your experience. Alter. Kann man ja mal gar nichts sehen. Ich bin, glaube ich, irgendwo runtergefallen. What the fuck? Zack. Jetzt bin ich hier bei 500. Alter, hammermäßig verwirrend gerade. Jetzt ist so ein bisschen Horror. Dunkel und alles. Verlassen. Oh Gott. Ich ahne immer oder ich rechne immer mit dem Schlimmsten. 423. 424. 425. 427. Boah. Ich bin wieder an meinem Arbeitsplatz. Der anders aussieht. Tür kann ich nicht schließen. Okay. Und was ist das? Geil. Ich kann hier rumklicken. Bringt mir das jetzt irgendwas? Wieso ignoriert er mich jetzt? Wie fies. Die Frage ist halt, wenn ich ins Menü gehe, geht halt Begin the game again. Again? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe da jetzt nicht... Ah. Okay. So. Das ist das, was ich hier in dieser ganzen Menge Plan gekommen bin. Vielleicht hat er es, in dem immer gut er ist. Ich frage mich, wo er jetzt ist. Ich hoffe, was er ist glücklich mit seiner Entscheidung. Wenn sich die schwerste Wäge haben, wie es kommt. Er versteht der Aussicht zu sagen. Was ich zu ihm aus. Er braucht mir. Someone, der das alles aufbauen wird, in der Ende. Du schäußst, aus dem Chaos und der Angst und der Unfugzehr. Das ist der Moment. Das ist das, was ich an diesem Welt. Oh, ich bin wieder. Der Typ könnte bestimmt auch gut Pornos symbolisieren, irgendwie so hentais oder so. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn das der Fall sein sollte, dann... ich werde es auf jeden Fall nochmal durchspielen, weil... ich meine, Hammer geil und so. Ja, sieht so aus. Aber Stanley einfach nicht konnte die Pressure. Was, wenn er eine Entscheidung hatte? Was, wenn ein grüßes Ergebnis unter seiner Verantwortung fiel? Er hat nie für das getrennt. Nein. Das kann nicht so gut gehen. Oh, nicht so gut. Die Sache zu tun, Stanley hat sich gedacht, ist zu warten. Nothing will hurt mich. Nothing will bringe mich. In hier, ich bin glücklich. Forever. Ich werde glücklich sein. Stanley wartet. Hours passen. Dann sind die Tage. Hatte Jahre nachgegangen? Er hat nicht mehr die Möglichkeit zu erzählen. Aber die Sache, die er sicherlich wusste, ist, dass, wenn er lange genug ist, die Antwort kommen würde. Oh mein Gott. Okay, auch nicht schlecht. Ahem. Einfach die Tür zu machen, klar. Ich bleibe hier für immer dran. Warum nicht? Alles klar. Dann würde ich allerdings sagen, damit mir das nicht nochmal passiert, bleibe ich jetzt hier erstmal stehen. Beende die Folge an dieser Stelle. Ich denke mal, das werde ich zu einer Folge machen. Und dann mal sehen. Vielleicht befolge ich einfach mal seine Anweisungen und sehe mal, was da passiert. Oder so. Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, auch beim Bewertungssystem. Vielleicht wenn ich da mal volle Punktzahl oder so. Okay. Keine Ahnung. Ähm. Das werde ich alles noch sehen. Ähm. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.